Hallo und herzlich willkommen zu einem Sonntagsvideo, nein, sorry, ich weiß, vor zwei Wochen hätte ich schon was machen wollen, aber ich habe es einfach nicht geschafft, weil die Arbeit war so extrem. Wir hatten ein zehnjähriges Jubiläum in der Bibliothek und da war so viel zu tun gehabt an dem Freitag, als es dann losging, auch zwölfeinhalb Stunden Arbeit vor uns und deswegen habe ich dann irgendwie gedacht so, nee, Mann, ich schaffe es nicht, ich komme nicht klar, ich will einfach ein bisschen Ruhe auch zwischendurch und deswegen kommt auch jetzt gar nicht gespielt, wie angekündigt im letzten Video, sondern die Leipziger Buchmesse 2024. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dafür kommt dann Sonntag gespielt und ihr seid hoffentlich dann wieder in einem normalen Rhythmus und ich auch gespielt. Also nicht dafür die Leipziger Buchmesse 2024, diesmal ein bisschen ausschweifender. Bedeutet einfach, wir waren schon, wir sind am Mittwoch losgefahren, wir hatten Urlaub am Mittwoch schon, sind losgefahren zu unseren Freunden und am Donnerstag waren wir auf der Leipziger Buchmesse und ich muss ganz ehrlich sagen, der Donnerstag war ganz entspannt und gechillt, aber man muss dazu sagen, am Donnerstag sind auch mega viele Klassen dort, viele Jugendliche und Kids, die gar keinen Bock auf Bücher haben, die einfach nur Ärger machen wollen und rumkrakeieren, rumschreien bei Preisverleihungen, wo ich gedacht habe, so Leute, ey, das muss nicht sein. Im anderen Umkehrschluss muss man auch sagen, wir hatten auch viele Kids und Jugendliche, die wir gesehen haben, die ihr letzten Euro investiert haben in Bücher, was mich echt mega begeistert hat. Also der hat wirklich, ich stand da, hat mir das angeguckt, der hat ein Buch in der hat und hat gesagt, ey, das will ich unbedingt haben, wie teuer, da hat die gesagt 13 Euro und er so, oh nein, ich habe nur 10 Euro dabei und ich will nur mal sagen, das sind beide Möglichkeiten, beide Sachen. Wir waren beim Lesekompass, bei der Preisverleihung, war richtig, richtig cool, denn die machen auch Kinderbücher und so weiter und das ist halt unser Job, deswegen sind wir halt auch da. Nur ganz kurz, es wurde von einer Kita-Gruppe eine Nominierung gemacht oder beziehungsweise eine Verleihung für das beste Bilderbuch, dann war aber auch eine Schulklasse da, die was am besten nominiert haben und auch Jugendliche, die halt das beste Jugendbuch nominiert haben. Fand ich halt mega genial, weil man halt einfach so ganz viele neue Bücher kennengelernt hat, was natürlich nicht im kleinsten Maße eigentlich nur war, weil es sind einfach tausende von Büchern neu dort oder im Allgemeinen auch ältere Bücher die man dort sich anschauen kann, kaufen kann, signieren lassen kann, Signierstunden, unterschiedlichste Art und Weise, ja. Das eigentlich so zu dem Donnerstag, denn wir waren viel bei Bilderbüchern, bei Kinderbüchern, bei Jugendbüchern, so alles so in diesem Maß haben wir am Donnerstag abgearbeitet. Am Freitag muss man einfach dazu sagen, Freitag füllten sich die Hallen schon viel mehr. Teilweise in der Mangerhalle war es wirklich schwer, überhaupt irgendwo ranzukommen. Wir haben auch gesehen, wir waren unten um 10 Uhr pünftig, es hat gegongt, also es wurden dann, also eigentlich konnten alle erstmal rein, aber es durfte keiner in die Hallen, also nur in den unteren Gängen, also in der großen, großen Glashalle. Und dann hat man oben in der Kuppel, es sind immer so verbunden mit so Glasröhren in die einzelnen Hallen, da sind die Menschen schon losgerannt. Wir vermuten, es war irgendwas mit Manga, weil die wie bei einer Zombie-Apokalypse losgestürmt sind und zwei Minuten später sind die Leute ganz normal gegangen dort. Also es ist immer wieder erstaunlich, was es dort alles zu sehen ist, zu gibt und vor allem, was für Geräuschpegel natürlich. Das muss ich eigentlich keinem sagen, der auf einer Messe ist, der weiß einfach, der Geräuschpegel ist so ein Summen von Bienenschwarm und das den ganzen Tag. Klar kann man mal rausgehen, mal frische Luft schnappen, das ist auch super, wobei der Freitag schon echt kühl war und auch geregnet hat teilweise, dass man irgendwie gedacht hat, so ja, nee, gut, dann bleibe ich einfach in der Halle, es ist echt nicht schön draußen. Aber trotzdem haben wir da natürlich einiges gesehen. Ich werde jetzt einmal so ein bisschen was schon einblenden, damit ihr so eine kleine Übersicht habt, was wir so gemacht haben und im Anschluss werden wir natürlich dann wirklich nochmal so über die Bücher reden. Ja, also von daher, der Freitag war so ein gemischtes Programm. Wir haben dann einiges an Büchern auch gefunden, wobei ich sagen muss, ich persönlich natürlich am Donnerstag fast gar nichts, weil die Sachen an Bilderbüchern kaufen wir ein und am Freitag ging es dann eigentlich erst los, dass ich mir Bücher gekauft habe, aber dazu gleich. Ich zeige euch jetzt einfach so einen kleinen Überblick über die Buchmesse, über die Leipziger Buchmesse 224 und los geht's. Ich zeige euch jetzt! Tatsächlich ist es auf dem Tech-Level wie die CSS Hanley. Das ist das erste U-Boot, das ein Kriegsschiff versenkt hat im amerikanischen Bürgerkrieg und sich dabei auch gleich selbst mit versenkt hat. Man hat 140 Jahre gebraucht, dieses U-Boot wiederzufinden. Die Besatzung war aber auch da noch vollständig anwesend, als man es wiedergefunden hat. Die Zwerge fahren auf einem ähnlichen Tech-Level U-Boot und haben ganz ähnliche Probleme. Und da steigen wir jetzt ein. Die ersten Worte im Buch sind das Ende. Das hat mich schon gecatcht. Es war nun an ihm zu entscheiden, auf welcher Art sie sterben würden. Zweed ließ sich gegen die gut gepolsterte Lehne des Kapitänsessels sinken und legte die Hände auf die Steuerknüppel rechts und links des komfortablen Sitzes, der dazu geschaffen war, dass man endlose Stunden in ihm verbrachte und schwere Entscheidungen traf. Die Bolzenspucker leckte wie ein Sieb. Ganz gleich, wie sehr sie sich anstrengten, sie würden den Untergang des Tauchboots anfalls hinaus zu überqueren. Er lauschte auf das dumpfe Hämmern. Grumgry trieb, wo die Bolzen fehlten, Korkenstücke in die wasserspeienden Löcher. Es waren zu viele, dieser Lex. Grumgry führte einen aussichtslosen Kampf und dennoch gab er nicht auf. Auch das leise Quietschen der Pumpe verstummte keinen Herzschlag lang. Nur die große Kurbelnipp stand still. Die Mannschaft wartete auf Sutes Befehle. Sollten sie ausboten? Er könnte die Bolzenspucker bis auf zehn Schritt ans Ufer heranbringen, bevor es hier auf Grund lief. Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen näher. Aber sie würden auf jeden Fall ein Stück durch das eisige Wasser erwarten müssen und völlig durchnässt das unwirtliche Ufer erreichen. Er hatte dort nur Schnee und Felsen gesehen. Kein Holz, um ein Feuer zu machen. Die Atomenergie kann KI den Menschen von großem Nutzen sein oder ihn in den Untergang führen. Wird die KI Arbeitsplätze fordern? Ja. Wird die KI Arbeitsplätze schaffen? Ja. Ist das die einzige Frage, die wir uns stellen müssen? Nein, keineswegs. Die Frage lautet eigentlich, wie muss sich unsere Gesellschaft entwickeln, um in Zukunft unsere viele freie Zeit eher tragen zu können? Ich stelle diese Frage jedem Einzelnen von euch, vor allem aber den vielen kreativen Fantastik-Autorinnen da draußen oder hier im Saal. Das ist der Stoff, aus dem gute Geschichten geworben werden. KI stellt nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in unserer Welt dar. Und eines ist jetzt schon klar, Paradigmenwechsel kann man nicht ignorieren. Man muss lernen, mit ihm umzugehen und sie in das bestehende gesellschaftliche und kulturelle System einzubinden. KI ist bereits jetzt Teil unseres Lebens, ebenso wie der Klimawandel. Wir müssen nicht darüber nachdenken, wie wir sie verhindern. Wir müssen lernen, wie wir mit ihnen leben können und wollen. Dazu müssen wir sehr genau zuhören und hinsehen. Ja, hallo, vielen Dank. Wie man vielleicht daran dann auch sieht, habe ich damit nicht so ganz gerechnet. Ich bin total begeistert. Danke, die tolle Laudatio von Chris. Wir hatten schon mal Kontakt auf Instagram. Super nett. Ich bin total überwältigt draußen, weil mir ein persönliches Anliegen, genau die Aspekte, die genannt wurden. Ein Solapark-Roman, der halt auch Hoffnung spendet. Aus dem Problem unserer Zeit Hoffnung zu schöpfen und das halt auch leicht verpackt zu erzählen. Ja, ich danke meinen Autorenfreundinnen vom Wunderzahlen Glitzer-Team, Juliet May und Binania Börge und ja, danke auch Andi Tschügel für diesen Preis. Ich bin überwältigt und vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich gucken, wie ich das bei mir ins Gepäck kriege, weil ich das, wie gesagt, nicht eingeplant habe. Vielen Dank. Spannung, Geheimnisse, Kämpfe, Humor und Leidenschaft. Und deshalb geht der Seraph 2024 für das beste Buch an Carina Schnell und A Breath of Winter. Spannung, Geheimnisse, Kämpfe, Humor und Leidenschaft. Ja, wow. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte, Theresa. Ich bin sehr emotional. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir wurde mal gesagt, ich soll nicht so emotional sein, weil als junge Frau wird man dann noch weniger ernst genommen als sowieso schon. Und jetzt hier so emotional zu stehen, ist irgendwie deswegen, gerade deswegen besonders empowernd. Weil als Frauen haben wir es in der Fantastik sowieso nicht leicht. Frauen und weiblich gelesene Personen. Irgendwie haben wir immer noch, wir werden immer noch nicht unbedingt ernst genommen, unsere Geschichten, wir als Personen. Und deswegen bedeutet mir das ganz besonders viel heute, diese Auszeichnung. Und vor allem möchte ich natürlich meiner Verlagslektorin Maria Weber dafür danken, weil sie wirklich von Anfang an an diese Geschichte geglaubt hat. Und genauso sehr für diese Figuren und diese Welt brennt wie ich. Dann danke ich natürlich auch meiner Lektorin Annika Bär, die auch mit mir nominiert ist heute. Du hast zu viel Herzblut in diese Geschichte gesteckt. Du bist heute auch eine Gewinnerin, genau wie ich. Also danke, danke, danke dafür. Und überhaupt meinen Autoren, Freundinnen, vor allem denen, die auch hier heute nominiert waren, danke fürs Daumen drücken und gegenseitig freuen und einfach fürs Unterstützen in dieser Bubble. Gerade in der Fantastik Bubble, das ist wunderschön und deswegen vielen, vielen Dank dafür. Allgemein das ganze Gründer-Knauer-Team, die haben alle so viel Herzblut in dieses Buch gesteckt. Danke für die Unterstützung und dass ihr so viel in dieses Buch investiert habt. Ich danke natürlich auch meiner Familie, meine Eltern sind heute hier. Vielen Dank, meine Eltern. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben leider nur eine Sirafstatue, die ihr untereinander verteilen müsst. Das ist wunderbar. Ich überreiche es jetzt mal demokratisch. Herzlichen Glückwunsch. Ich trete mal nach vorne. Lucia, wo ist sie denn hin? Ich weiß jetzt gar nicht, ich kann da gar nicht so gut dran anknüpfen, denn all das, was sie gerade gesagt hat, spiegelt in gewisser Weise so gut wider, welche Ideen und Gedanken uns umgetrieben haben, als wir die Planung an diesem Buch begonnen haben und natürlich möchte ich auf all den Menschen danken, die dieses Buch überhaupt erst möglich gemacht haben. Natürlich unsere Lektoren bei Ars Edition, Dido, Nate, Katharina und auch das ganz weitere Team von Ars Edition, das uns bei Marketing und Co. unterstützt hat. Wo ich mich aber ganz besonders bedanken muss, ist bei Elif selbst, denn ein Buch wie dieses wäre nicht möglich, wenn man einfach nur Text hätte. Es war unser Anliegen wirklich, die Idee eines illustrierten Romanes noch ein ganzes Stück weiter zu denken und wirklich eine Art gefühltes Zeigzeugnis zu schaffen. Etwas, eine Geschichte, die man eintauchen kann, wo man auch für die Nerds dein ein oder andere Easter Egg in den Bildern entdecken kann. Und das war natürlich nur möglich, weil du mit an Bord gekommen bist und wir das ebenbürtig zusammen umsetzen konnten. Und wirklich hier nicht, wie das leider ja doch sehr häufig ist, der Illustrator, die Illustratorin hinter dem Autor ein Stück weit zurücksteht, sondern wir hier wirklich Hand in Hand auf Augenhöhe arbeiten konnten. Und nur deswegen ist dieses Buch wirklich so geworden, wie es letzten Endes, ja, jetzt wirklich geworden ist. Ich weiß, wir wollen alle weiter, ich fasse mich kurz. Danke auf jeden Fall auch an all die Korrekturleser, an Leni, an Janine, an meine Eltern, natürlich auch für die viele Unterstützung. Vielen Dank an euch, an die Akademie und so weiter. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt gerne nochmal bei uns am Stand, Halle 1, C200 vorbei. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank für diese Ehre. Ich bin ansonsten sehr sprachlos und gehe jetzt dann doch vielleicht mal weinen oder so. Dankeschön. Ich sage doch nochmal danke. Vorher natürlich auch von meiner Seite, ohne den Autor, ist natürlich auch die Illustratorin nicht so alleine in der Lage, das Buch zu erstellen. Das heißt, es ist wirklich ein super Teamprojekt gewesen. Und wir freuen uns auf die Nachfolgebände und alles, was dazu noch gehört. Und wir freuen uns auf einen kleinen Vorsprung. Ja, der Vorsprung beträgt genau erwarten, unterbrach er die Karten und spürte, wie sich ein Krups in seiner Kehle festsetzte und immer weiter wuchs, bis er kaum noch Hüften bekam. Wie viel Zeit ist vergangen, seit wir den Lertorbit verlassen haben? Es sind genau erwarten, unterbrach er so gut überstanden, irgendwelche Vorfälle. Er war froh, dass sie Vorfälle und nicht Anfälle sagte. Seit er 13 gewesen war, hatte Sonja für ihn so etwas wie einen Rettungsanker dargestellt, in einer Welt, die ihn ständig erschreckte. Die ihm Dinge vorgaukelte, die andere nicht sahen, weil sie schlicht und einfach nicht da waren. So, das waren die Eindrücke von 2.24. Aber natürlich wollt ihr jetzt wissen, was gab es denn? Zu dem Freitag, den ihr jetzt gesehen habt, war auch die Preisverleihung des Giraffen. Und das ist immer unser Highlight, weil es ist Fantasy und Science Fiction. Und es war wirklich, wirklich wieder spannend zu sehen, welche Titel dort zu sehen sind. Und wir waren im Vorfeld am Freitag schon bei einer Lesung, wo halt Leute, die dort freiwillig, kostenlos, dort sich über 200 Bücher angehört haben. Also nicht jeder 200 Bücher, aber jeder kommt in eine Kategorie. Und dann werden halt diese Bücher sich angehört oder gelesen. Wobei, in der Auswahl sind es dann so 13 Bücher für das beste Buch gewesen. Und dafür haben die Leute dann sechs Wochen Zeit. Jetzt überlegt euch mal, 13 Bücher in sechs Wochen sind natürlich nicht alles 400 Seiten Bücher, aber manchmal schon. Und die bekommen aber auch was auf die Ohren. Also die konnten dann wirklich sich das während der Autofahrt anhören oder während der Bahnfahrt. Und dann aber auch mal ein Buch lesen. Und dann mussten sie halt rausfinden, was sind die besten Bücher. Und in der Jury waren dann aber sieben Leute. Und daraus wird dann halt der Querschnitt genommen oder geguckt, was sind die besten Bücher. Und dann wird nochmal darüber diskutiert und so weiter. Also ich fand es sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool. Weil da kommen halt wirklich Indie-Autoren, aber nicht nur. Ja, also da kommen halt auch gestandene Autoren, die schon viele Bücher rausgebracht haben, aber trotzdem auch Indie-Autoren. Und diese ganzen Sachen, die dann da auftauchen, das wird dann halt nochmal prämiert. Und das finde ich halt mega spannend und mega cool. Der Seraphis, auch so eine Statue. Und das ist alles so eine Art Verein im Grunde, die das kostenlos oder für die Leute dort, für die besten Autoren, für Fantasy und Science-Hitschen machen. Und diese Bühne war halt auch rappeldicke voll. Und das war einfach ein schönes Gefühl auch zu hören, so wow, ich bin gar nicht vorbereitet darauf. Und das war wirklich so, weil da war ja jemand mit Elfenohren, die hat gewonnen und man dachte sich so, du bist im richtigen Setting, aber irgendwie doch falsch hier. Ja, und zu dem Ganzen waren auch 34% der Besucher verkleidet. Stellt euch das mal vor, 34% fand ich auch wieder so eine richtig krasse Nummer. Ja, ob man das alles sehen wollte oder nicht, sei dahingestellt. Also geniale Kostüme, manchmal auch wirklich abgefahren oder total verstörende Sachen manchmal, die man gesehen hat. Aber ey, jedem das Seine. Ich fand es auf jeden Fall cool. Macht halt diese Mangamesse mit der Buchmesse zusammen, macht halt ein ganz anderes Feeling als bei anderen Messen. Ja, und dann ging es eigentlich dazu, dass wir dann halt Samstag nur noch von Insel zu Insel gegangen sind und zu Leseinseln und dort uns einfach berieseln lassen haben. Dadurch, muss ich aber auch sagen, habe ich dann halt viele Bücher, die ich gar nicht so auf dem Plan hatte, dann doch mir nochmal angeschaut und sogar einige gekauft. Und das zeige ich euch jetzt. Also, zu dem Seraphen. Hier habt ihr den Seraph stehen. Seraph 2024. Und zwar nominiert bester Indie-Titel. Und ich habe hier bei dem schon 124 Seiten. Also die Hälfte des Buchs habe ich schon gelesen. Worum geht es? Das ist ganz einfach. Die Protagonistin ist in einem Computerspiel im Grunde mehr oder weniger, lebt sie dort. Also sie kommt ganz, ganz selten raus. Die künstliche Intelligenz oder was auch immer dort im Hintergrund ist, sagt aber auch, ey, du musst manchmal raus. Die schmeißt sie auch manchmal aus dem Spiel, um in der eigenen kleinen Umgebung, so eine Plastikzelle im Grunde, wo sie lebt, dort sich zu bewegen. Weil natürlich die Muskulatur irgendwann vernachlässigt wird und alles andere auch. Also sehen ist dann nicht mehr und die wird aus dieser Zelle mehr oder weniger rauskatapultiert. Oder geht freiwillig raus, weil was passiert und taucht in der echten Welt auf, in der wirklichen Realität. Nicht mehr in der Realität, wo sie zu Hause ist, wo man einfach den Look ändern kann, rosa Farben a la Ready Player One. Sondern sie hat die Möglichkeit, oder sie muss jetzt überleben und muss der Realität ins Auge sehen, dass sie ja wirklich noch nie an der frischen Luft war. An der Natur, die Natur überhaupt. Bäume, die verschiedene Äste in verschiedene Richtungen haben, weil in der virtuellen Realität ist alles genormt. Und so kennt sie Bäume schon, aber hat eigentlich keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und das ist sehr, sehr spannend. Schon allein das erste Mal, wo sie Erdbeeren isst, ist es einfach mega cool. Diese Geschmacksexplosionen, die auch nicht alle gleich sind. Nicht jede Erdbeere schmeckt gleich und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, die ich cool finde. So viel kann ich euch noch nicht sagen oder will ich auch noch nicht. Auf jeden Fall hat dieses Buch gewonnen. Es ist nicht nur nominiert, sondern es ist der beste Indie-Titel. Deswegen habe ich mir den auch gleich mitgenommen, weil ich es super interessant finde. Also diesen Kontrast zur virtuellen Realität, in der Zukunft zu der normalen Realität. Und deswegen habe ich es dann auch... Ich hatte es schon vorher in den Händen, ja. Aber als es dann halt gewonnen hat, habe ich gesagt, so komm, abkaufen, fertig, Ende, super. So. Nächster Titel ist ein Sci-Fi-Roman. Und zwar ist es Hard Science Fiction. Und Hard Science Fiction heißt einfach, dass es immer nicht der Fantasie alles entspricht. Sondern die Raumschiffe zum Beispiel, die dort fliegen, werden genau so erklärt, wie es in der Realität auch funktionieren könnte. Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt zum, weiß ich nicht, in die nächste Milchstraße geflogen sind. Nein, das nicht. Aber nach den jetzigen Kenntnissen oder auch in der zukünftigen Kenntnis müsste man halt überlegen, wie würde das alles funktionieren. Könnte man dann halt jetzt einfach in zwei Tagen bei dem Jupiter sein oder so. Nein, geht nicht. Deswegen wird hier alles nochmal auf richtig wissenschaftliche Aspekte hingewiesen und auch so recherchiert und auch erklärt. Und das ist ganz cool. Ich bin gespannt bei dem Tor. Es ist nämlich so, Tyler Drake ist ein reicher Abenteurer und hat einen Traum. Er will Xibalba finden, die legendäre Unterwelt der Maya-Mythologie. Und stellt dafür ein Team zusammen. In Mexiko trifft er auch die Taucherin Adriana Ramirez, die jeden Pesto zusammenkratzen muss, um ihre kleine Familie durchzubringen. Drake macht ja ein Angebot, arbeitet dann aber doch mit ihrem engsten Konkurrenten zusammen. Als Adriana mitbekommt, um welche Summe es geht, siegt ihre Neugier und sie folgt Drakes Expedition heimlich. Dabei ahnt sie nicht, welche fantastische und gleichzeitig gefährliche Welt sich wirklich hinter dem Namen Xibalba verbirgt. Wenn sie es nicht schafft, sich den Kreaturen dieses außerirdischen Planeten zu stellen, droht das Tor, die gesamte Menschheit ins Chaos zu stürzen. Ja, finde ich wieder cool, ist halt wirklich was mit unserer Erde zu tun hat, mit einem Ort, der gefunden werden will und trotzdem mit außerirdischen Lebensformen. Und das finde ich wieder mal cool. Ich bin gespannt, ich freue mich darauf, das zu lesen. Ja, ansonsten habe ich echt lange überlegt, weil das ist ein Brandon Sanderson und Brandon Sanderson ist wirklich sehr, sehr bekannt. Der hat gerade wieder ein Kickstarter gemacht über ein Buch, über ältere Bücher, glaube ich, die der in Leder ganz toll weiß ich was ausredet hat. Und er hat Millionen damit gemacht, also wirklich nur mit einem Kickstarter von einem alten Buch in Schick. Ja, und ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, ich habe noch kein Buch von dem gelesen. Und ja, das sieht man ja auch vom Autor des Weltbestsellers Der Weg der Könige. Ich war dann so ein bisschen hin und her gerissen. Soll ich das lesen? Ja oder nein? Aber das Problem ist, Der Weg der Könige ist ein, ich glaube, acht- oder neunbändiges Monsterding. Also da war jeder mindestens sieben, achthundert Seiten dick. Und hier das Herz der Sonne ist ein Zweiteiler, den er da nachgeschrieben hat. Und ich habe da irgendwie mehr Bock gehabt, weil gerade der Weg der Könige war halt das, was man eigentlich irgendwie kennt. Der Schurke, der Barbar und so weiter. Sowas in der Richtung und die kommen alle zusammen. Ist auch cool, keine Frage, aber ich fand das hier noch ein Ticken interessanter. Ein Mann, der sich Nomad nennt, wacht in einer ihm fremden Welt auf. Noch ehe er weiß, wo er ist, wird er mit anderen Menschen in der Morgendämmerung draußen angekettet, wo er gleich unter den Strahlen einer alles verbrennenden Sonne sterben soll. Doch noch ist etwas von der Magie seiner Heimatwelt Roshar in ihm. Mit letzter Kraft kann er sich befreien, aber damit hat sein Schicksal als Held dieser Welt gerade erst begonnen. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, es ist super gut, weil ich fand die Idee cool. Wie kommt er da hin in eine andere Welt? Keine Ahnung. Ist er jetzt was Besonderes, weil er Magie hat? Keine Ahnung. Und ich bin gespannt, weil angekettet zu werden, um zu sterben, das ist schon ein ziemlich cooles Ding. So, ich packe die mal runter, damit die nicht stören. Und dann habe ich hier auch noch was Cooles gefunden. Es ist ein signiertes Exemplar von Robin Hill und Strom heißt es, das dunkle Erwachen. Und da fand ich das auch ziemlich cool. Will euch aber nicht das hinten vorlesen, sondern das. Plötzlich kam Fiora ein Gedanke. Ein kühner, ein furchteinflößender Gedanke, der ihr den Schweiß ausbrechen ließ. Sie musste dem Meister die Frage stellen, die sie umtrief, wie keine andere. Jetzt musste das geschehen, hier in der Ratshalle. Wenn sie jetzt die Frage nicht stellte, fände sie vielleicht niemals den Mut. Meister, fragte sie, was ist Strom? Es war mit einem Mal still im Saal. Wow, finde ich total cool. Ich mag das Cover auch. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf dieses Ding. Irgendwie sieht es ja auch Sci-Fi-mäßig aus. Es scheint aber so, dass sie danach sucht und irgendwie ist es verboten. Sowas in diese Richtung. Also da bin ich auch gespannt. Das nächste, was ich hier habe, ist die Rückkehr des Zauberers von Lawrence Horn. Ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach reingelesen und ich fand es an mehreren Stellen einfach gut, dass ich alles gekauft habe. Tausend Jahre nach dem Krieg um Rodiana ist die Macht der vertriebenen Zauberer fast vergessen. Die siegreichen Mager errichten Wettertürme und erschufen eine immerwährende Nebelwand, um ihre Welt vor den Widersachern zu schützen. Doch dann erscheint ein fremdes Schiff vor der Küste Rodinias. Als der Zauberer Kirian in das Land seiner Ahnen zurückkehrt, hat er nur eines im Sinn. Rache. Aber sein Ziel, die Welt von den Magiern zu befreien, hat einen Haken. Er kämpft allein. Ja. Ich fand, ich weiß nicht, ich wollte es mir einfach angucken. Dann habe ich halt wirklich so ein bisschen immer stückchenweise hier so reingelesen und dachte mir so, wow, das ist echt spannend. Also von daher wollte ich dem hier eine Chance geben. Mal schauen, wie es so ist. So, dann habe ich von John Scalzi, die Gesellschaft zur Erhaltung der Kaiju-Monster, habe ich mittlerweile auch schon 150 Seiten gelesen. Und das ist echt sehr cool, weil, brauche ich euch gar nicht so vorlesen, es gibt hier einen Protagonisten, der wird mehr oder weniger arbeitslos. Und, ja, hat halt, musste immer wieder Geld ausliefern und zwar in der Zeit der Pandemie, ja, wo wir waren. Und hatte nichts Besseres zu tun, weil er war vorher schon was Besseres, aber er hat den Job verloren. Und jetzt hat er den aber kennengelernt und der fragt ihn, ey Mann, wenn du jetzt den Job da nicht machen willst, wir haben was und du musst nur tragen. Und das macht er. Er sagt sich, okay, cool, was ist denn meine Bezahlung? Und er sagt die Bezahlung und er sagt so, wow, ja, klar, mache ich mit. Was er nicht weiß ist, dass sie eine Art Portal haben und dort sechs Monate leben. In einem anderen Universum, in einem anderen Handlungsstrang, einer anderen Erde, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es dort Kaiju-Monster. Und das ist richtig, richtig gut. John Skye, sie hat einen mega coolen Humor, nimmt immer viele Aspekte von, ja, so Herr der Ringe, Harry Potter. Solche Sachen spielt er immer mit hier rein, finde ich richtig, richtig cool. Und vor allem diese Kaiju-Monster, die werden auch nochmal natürlich einen Handlungsstrang da reingezogen von früher. Woher kommt Godzilla? Genau. Denn diese Dimensionsschicht wird immer schmaler und dünner. Und natürlich kann es passieren, dass so ein Kaiju-Monster dann so reinfliegt bei uns auf die Erde und dort Ärger macht. Und das ist auch passiert. Und irgendwie ist es durchgedrungen und irgendein Regisseur hatte die Idee, ey komm, wir machen so ein Godzilla-Monster. Ja, und das war gar kein Film. Also doch, es war ein Film, aber auf einem Original basierend und nicht auf irgendeiner Idee. Sehr, sehr cool. Macht unglaublich viel Spaß. Es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nach 150 Seiten noch nicht viel passiert. Aber es lässt sich sehr, sehr gut lesen und es ist sehr lustig. Mal gucken. Ich glaube, da wird noch einiges passieren, weil das ist die Gesellschaft zur Erhaltung der Kaiju-Monster. Also die bemühen sich darum, wie Greenpeace die Monster am Leben zu erhalten. Warum auch immer. Wer sollte sie bedrohen? Es sind riesige Godzilla-Monster. Ja. Wer Bock da drauf hat? Genau. So, was habe ich noch? Natürlich den dritten Teil, der jetzt erst vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Und zwar Minen der Macht, der Grauzorn. Minen der Macht ist so, dass hier im Grunde ein ganzes, ja, eine ganze Stadt, ja, im Grunde dort unter einer magischen Kuppel leben. Man kann hier nach unten gehen. Ganz unten in dem Bereich ist natürlich so ein bisschen die Slums, die Wertlosen, die Nichtsnutze und so weiter. Und hier oben in den Türmen, da wohnen natürlich die Reichen, die Edelleute, die Elfen, die, wie auch immer, Elfen weiß ich nicht, ne, Magier aber. Und der erste Teil, den habe ich schon gelesen. Der war richtig, richtig cool, muss ich auch sagen. Vor allem, weil es fünf Leute gemacht haben. Fünf Leute haben es geschrieben. Und hier ist es nun der dritte Band. Ich brauche euch nicht vorlesen. Lese den ersten. Dann den zweiten habe ich schon gekauft. Den muss ich jetzt lesen. Und dann ist der dritte am Start. Und ich bin schon gespannt, weil der erste, da war ich so ein bisschen skeptisch bei fünf Leuten, die schreiben, geht das? Und ich kann euch sagen, es geht unglaublich gut. Gut. Wenn ihr da mal reinhören wollt in den ersten Band, ich verlinke euch das hier oben. Da könnt ihr reingucken. Da habe ich das, da habe ich mich schon eingesprochen, vorgelesen. Und da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen, wenn ihr Bock darauf habt, worum es geht und was da so passiert. Es ist sehr, sehr cool. Ja. Dann habe ich mir noch hier Westlands von Judith C. Vogt und Christian Vogt gekauft. Fand ich auch eine ganz coole Idee. Sie ist jemand, der immun ist. Die Menschen sind so größtenteils schon ausgestorben durch einen Virus. Und natürlich stecken sich die restlichen Menschen auch gegenseitig an. Sie ist aber immun dagegen, aber kriegt immer wieder Aufträge, die sie erfüllen muss. Und das macht sie auch, bis sie zu jemandem kommt, dem sie helfen soll. Und der hat ein Baby dabei. Tja. Und das könnte natürlich Ärger geben. Ich weiß nicht. Ich fand das Cover an sich okay. Ich habe es irgendwie gegriffen, habe es gelesen und dachte mir so, wow, ja, finde ich gut. Und wenn man reinliest, ist es schon teilweise eine derbere Sprache. Aber das finde ich halt super, weil es ist halt so ein bisschen Mad Max-Style. Und da finde ich, muss man nicht nett miteinander umgehen, sondern man kann halt hier auch mal so Fäkalien oder sonstige Worte benutzen. Ich glaube, dass es passt zu diesem Genre einfach. Und das ist cool. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es richtig, richtig gut ist. Und dann habe ich noch einen Comic dabei, und zwar Star Wars, Darth Vader. Fand ich sehr, sehr cool, weil das Ding einfach auch nur irgendwie sieben Euro gekostet hat. Und da habe ich richtig Lust drauf, den zu lesen. Und das Letzte, was ich habe, ist von das Portal Science-Fiction Thriller. Und zwar ist es von Joshua Tree. Und da waren wir bei zwei oder drei Lesungen, die immer wieder um KI sich gedreht haben. Um Sci-Fi fand ich sehr, sehr interessant. Auf der antarktischen Halbinsel kommt es zu einem mysteriösen Vorfall. Nachdem an der Oberfläche seismische Aktivitäten gemessen wurden, machen sich zwei skandinavische Forscher von ihrer Basis auf, um der Anomalie nachzugehen. Sie finden einen riesigen Krater, in dessen Mitte eine schwarze Kugel aus fremdartigem Material schwebt. Die beiden Männer werden nie wieder gesehen. Jahre später geschehen merkwürdige Dinge rund um den Globus. In Manhattan verschwindet vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein Hochhaus. In der West-Sahara stürzt ein Flugzeug ab, das gar nicht existieren dürfte. Und eine Geheimorganisation namens Dawn wagt sich aus den Schatten, um eine Warnung auszusprechen. Das Portal hat sich geöffnet und was auf der anderen Seite wartet, könnte das Ende unserer Welt bedeuten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als eine unbekannte Macht Geheimdienste und Dawn um die Zukunft ringen. Mitten in diesen Schattenkrieg gerät der Arzt James Barron, der durch einen scheinbaren Zufall zum Schlüssel des gesamten Konflikts wird. Ja, mega cool, hoffe ich. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Es ist halt nicht nur Science-Fiction, sondern auch so ein bisschen Thriller-Style. Ja, und das war meine Ausbeute von der Leipziger Buchmesse 2024. Es gibt natürlich noch viele, viele Aspekte dort zu sagen, denn samstags auf die Messe zu gehen, ist immer eine schlechte Idee. Wir machen es immer so, dass wir am Donnerstag, Freitag uns eigentlich alles anschauen und am Samstag dann von Leseinsel zu Leseinsel steppen. Also meistens im Fantasy-Bereich, dort laufen wir von einer Insel zur anderen, setzen uns dann wieder hin, können dort zuhören. Und genau das war es auch, wo wir dann echt ein, zwei Bücher dann nochmal gesehen haben und gesagt haben, ja, dann nehmen wir die doch mit. Also gerade jetzt hier das Portal war auch sowas. Ich habe schon mal Joshua Tree gehört in seinem Podcast, war aber jetzt nicht so ganz überzeugt. Und dann gab es aber eine Lesung von ihm, von einem anderen Buch, was ich mir jetzt auch runtergeladen habe, weil der Hörbuchsprecher da einfach richtig gut war. Und das muss ich auch sagen, ihr habt dort alle Möglichkeiten, ob das Hörbücher sind oder sonstige Sachen. Ihr könnt auch nur dafür hingehen und ihr findet so viel neues Material, was dann brandaktuell ist oder wo ihr auch noch nie was von gehört habt. Und dann einfach mal sagt, okay, gebe ich dem eine Chance und dann ist es gut. Und das finde ich unglaublich schön, unglaublich charmant. Dafür bietet sich die Leipziger Buchmesse auch an. Und ja, sie war anstrengend und es war auch laut und es waren auch viele, viele verrückte, verschiedene Menschen dort, weil es einfach so unglaublich viele Menschen sind, die da hingehen. Den Sonntag sparen wir uns, da gehen wir dann sonntags immer schön brunchen oder was anderes Schönes machen und dann fahren wir in Ruhe nach Hause, um dann wirklich zu lesen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben dann wirklich am Sonntagabend noch ein bisschen gelesen, um dann entspannt zu schlafen. Und am Montag hatten wir sogar frei. Ja, dementsprechend wie heute kommt das Video raus, damit ich nämlich ganz in Ruhe morgen dann zur Arbeit gehen kann. Jetzt bekommt ihr also am Montag was auf die Ohren oder aufs Gesicht, wie auch immer. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr zwei Daumen hoch, ein Abo wäre cool. Schreibt was in die Kommentare, was habt ihr bei der Leipziger Buchmesse gekauft? Oder was würdet ihr gerne lesen, was ich jetzt zum Beispiel vorgestellt habe? Oder habt ihr was gelesen bereits davon? Denn es gibt ja auch ein paar Bücher, die schon davor rauskommen. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass das Video cool war. Und dann sehen wir uns Sonntag wieder zur Osterzeit. Ja, cool. Ostern. Weniger Tage zu arbeiten. Drei insgesamt. Bleibt gesund, passt auf euch auf und genießt das Wetter, wenn es mal ein bisschen hübscher wird. Auch wenn es jetzt noch ein bisschen kühl ist. Und wenn es noch so kühl ist, dann nehmt euch ein Buch und lest das. Bis dahin, macht's gut. Euer T. Röhr.